Und wieder zurück bei Fallout. Wir questen wieder das selbe, was wir eigentlich schon die letzten, was weiß ich, 5 Parts gemacht haben. Aber ich mein gut, darum geht es in dem Spiel ja irgendwie. Mal sehen, Raiderplünderer. Ach du Scheiß, vielleicht hätte ich nicht so offen rumlaufen sollen. Aber wenig Direct Action. Oh, schmeißt mich doch nicht mit Fallout-Auszug. Muss das sein. Tut das, Note. Das heißt, die 3 kommen hier nicht rein. Ich komme rein, wo ich rein möchte. Ich bin Sinn da. Sehr schön. Oh Gott, sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, mich verstecken. Das ist so nervig. Jetzt hätte ich den erhöhten Schaden und die Zeitgruppe und dann versteckt er sich so ätzend. So, da hinten ist noch irgendwo Raider-Abschaum. Äh, wo ist denn der genau? Okay, ich bin versteckt. Ich kann auch nichts... Ah, doch jetzt. Okay, da wäre der Kopf. Jetzt muss ich das halt irgendwie so treffen. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ich sehe halt leider absolut nix. Äh... Äh... So, das wird das Combat-Zone. Das müssen wir noch erkunden. Ich meine, ich werde jetzt mal ganz kurz gucken. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Bett rum. Wenn ich kurz schlafen könnte, das wäre sehr gut, tatsächlich. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber dafür sollte hier... Oder müsste hier irgendwas mal offens sein? Müsste mal vielleicht hier oben gucken? Ich meine, die haben ja hier ein Lager auch auf den Dächern der Häuser. Was hat Piper jetzt schon wieder angestellt? Ist hier untergeflogen? Ja, laufen ist halt nicht so eine einfache Sache offensichtlich. Äh... Zumindest scheint das wohl den Anschein zu machen. Mann, ich finde es cool, dass man hier oben einfach so cool rumlaufen kann. Es hat was. Ein Bett hätte auch was. Oh, scheiße. Das ist jetzt blöd. Das... Das... Äh... Ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Das... Ist tatsächlich sehr ärgerlich. Habe ich überhaupt nach den Raidern gespeichert? Ich hoffe. Es musste auch da einfach sein. Blöder Gunner. Alter, kann das mal laden. Ich bin noch kein... Keine zwei Meter weg eigentlich. Gegangen. Ich gehe einfach in das Combat Zone. Scheiß drauf. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und... No fighting outside the cage. Oh. Ach, die sind gar nicht feindlich. Ja, cool. Und damit endet diese Runde. Kate ist der... Was zum? Der hat hier nichts verloren. Zerleg den Mistkerl. Oh, Gottes Willen. Ach, du Scheiße. Ich habe nichts gemacht. Ich bin doch nur einer von euch. Ich will doch nur Kämpfe sehen. Aber wenn ihr nicht wollt... Ich bin doch nur einer von euch. Ich bin doch nur einer von euch. Ich bin doch... Ich bin doch nur einer von euch. Ich bin doch... Ach, Piper. Woran hast du das gemerkt, dass wir hier nicht allein sind? Oh, Mann. Oh, Gott. Das ist schön. Oh, Gott. Zum Glück treffen die hier gerade nichts. Ich brände. Ach, ich werde mich einfach heilen. Ganz einfach. Was haben wir denn hier? Ich habe Blumen. Ich esse die einfach mal. Nicht schäden. Okay, Chancina. Du gehst jetzt auf eine Reise. Äh. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Okay, der Raider da hinten ist abgehauen. Aber den kriege ich schon noch. So, wo sind denn die Raider da hinten? Ich sehe schon wieder nichts. Ah, da ist einer. Blöd ist halt echt, dass der Punkt verschwindet hier. Von dem Visier, wenn ich... ...das Ding aktiviere. Die Rüstung. Mann, die Raider konnten halt voll nichts. Ja, bin ich definitiv. Also, verschwende deine Kugeln gar nicht erst. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Oh Mann. Ach, das ist ein Raider. Ich habe dich für Piper gehalten. Sorry, Piper. Übrigens, äh... Sollte keine Beleidigung sein. Ich habe nur nicht genau ihn gesehen. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Ach so, hattest du den? Hattest du den? Wie wäre es, wenn du dich mal irgendwie zeigst? Der Tod kommt von oben, Raider. Bleib doch stehen, bleib doch stehen. Opfer. Oh! Mal schauen, Raider abschauen. Komm, der hatte nichts so relevantes. Kommst du mit dir rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun... Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Hm, weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Äh, ja gut. Äh, was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als hundert Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir einstelle... Ich kann das Wort unbesiegt einfach nicht mehr hören, ohne zu grinsen. Ja, äh, scheinbar in Schwierigkeiten. Äh, tut mir leid. Sah für mich so aus, als würdet ihr in Schwierigkeiten stecken. Schwierigkeiten? Ach was. Aber diese Trottel zu unterhalten hat die Miete bezahlt. Bin mir nicht sicher, was wir jetzt tun sollen. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Cates Arbeit? Äh, ja. Ja, super. Warum? Warum fragst du? Sieh es als berufliche Neugier. Also, was hältst du von dem Kampf? Ich habe es nicht gesehen. Bin mir nicht sicher. Hab die Hälfte verpasst. Äh, du warst wohl sehr mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Beeindruckende Arbeit. Du könntest sogar so gut sein, dass du mir einen Gefallen tun könntest. Aha. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Könnte daran liegen, dass ich alle umgebracht habe. Und wenn du keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Aber ich habe doch schon Piper. Äh, warum? Warum willst du, dass ihr mich begleitet? Ja, Tommy. Warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Hör her. Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig. Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Äh, Cates Gedanken. Mich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott. Gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei. Wie sieht es mit dir aus? Tja, es ist halt echt das Problem, dass John Sinas Herz ganz Piper gehört. Also kein Interesse. Keine. Oh. Schade. Normalerweise habe ich ein gutes Aufregimes. Wie wäre es, wenn du es dir noch einmal durch den Kopf gehen lässt? Wenn du es dir anders überlegst. Wir sind hier. Du bist noch immer dabei. Nicht wahr? Vögelchen? Wenn es bedeutet, dass ich dich nicht mehr sehen muss, hoffentlich kommt er bald wieder. Gut. Dann so viel dazu. Wenn du dich entscheidest, mit der Besten zusammenarbeiten zu wollen, kannst du gern wiederkommen. Vielleicht haben wir bis dahin auch hier aufgeräumt und eine weniger blutrünstige Kundschaft. Hier. Die Einnahmen des letzten Kampfes. Betrachte es als Anzahlung. Ja, das ist doch easy. Ich töte ein paar Raider. Äh. Mach die Typen arbeitslos. Und werde auch noch dafür bezahlt. So läuft es doch. Und kann mir noch Vorkriegsgeld nehmen. Aber schlafen darf ich hier nicht. Aber die ganzen Leute sind doch tot. Ich meine, was zur Hölle? Die werden die garantiert nicht mehr brauchen. Oder zählen... Ach, ist das dem Seine ja gut. Ich meine, ich muss hier jetzt noch ein paar Leute looten. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Wir haben hier ein Radio, eine Bar. Also im Großen und Ganzen ist der Ort halt eigentlich schon cool. Ich weiß nicht, da hat irgendwie Stil. So, ich könnte mir das hier schon gut vorstellen, dass da hier ordentliche Partys gefeiert werden. Ich meine, gut, äh, so Kämpfe auf Leben und Tod, äh, ich meine, äh, die würden vielleicht den Weib ein wenig zerstören, wenn alle anderen eigentlich gute Laune haben, äh, und so. Man könnte doch dann einfach was anderes einpacken, äh, keine Ahnung, ne Band oder so. Wäre doch viel cooler. Und dann, äh, haben wir alle Spaß. Ich meine, die Bar hat Stil, so das ganze hat Stil. Aber die Raider denken ja nicht so weit. Und jetzt denken sie gar nicht mehr, weil sie sind tot. So traurig. Man hat hier sogar Stühle. Ich meine... Na doch, das war ein Theater, oder wie? Ja gut, ähm... Dann sind diese Kämpfe vielleicht doch gar nicht so unpassend. Ja, aber guck mal, wenn jetzt zum Beispiel John Cena da ist, dann anstatt Kämpfe auf Leben und Tod könnten das doch zum Beispiel Showkämpfe sein. Tut mir noch ein Wrestlingring hinstellen, dann gibt es erstmal... Äh, auf die Mütze, dann werden neue Talente geburriert. Easy. Ist doch ganz einfach. Na ja, tschüss Kate, auf Nimmerwiedersehen, weil Piper ist schon bei mir. Und John Cena wird das irgendwann noch schaffen. Irgendwann kriegt er sie. So, das wäre es. Easy. Sicherheits-Türsteuerung. Dann mach die mir mal bitte auf. Oh. Hi. Das hier ist kein Ort für dich. Äh. Geh weg von mir, ich schwör dir, wenn ich nicht gefesselt wäre. Schickes Outfit. Hast du dich im Dunkeln angezogen? Hm. Ihr seid mir ein wenig frech. Jetzt ist nur die Frage, was mach ich mit euch? Wie schön. Was mach ich mit diesen Leuten? Ich hab' gerade irgendwie eine Granate oder so. Warte. Ah nee, das wollte ich gar nicht. Maa. So. Jetzt. Ja. Blöd, nicht wahr? Ich hab' Blut in den Augen. Ja, mach gut Schaden. Verzieh dich. Und braucht keine Munition. Nicht gut. Piper, möchtest du auch mal? Oh, genau. Hey. Was gibt's denn zu tun? Ach, kann ich nicht. Äh. Leider. Kann ich. Ich kann Piper nicht auf den hetzen. Schade. Oh, nice. Tja. Hm. Es ist halt schon so ein bisschen Fight Club. Wäre schön irgendwie, wenn, äh. Da einfach so eine Regel wäre. First rule about Tommy's Fight Club. Oder so ähnlich, ne? Don't talk about... Oder first rule of the combat zone. Don't talk about the combat zone. Aber das Problem wäre dann, dass sie keine Kundschaft mehr hätten, weil, äh, niemand darüber redet. Naja, wir gehen. Okay. Als nächstes könnten wir eigentlich mal zu diesem toten Briefkasten gehen. Der ist da hinten. Mal schauen, was man nochmal für die Railroad dann so machen darf. Ich weiß es nicht, ob die... Oh Mann. Ob die da schon mal was gesagt haben. Dementsprechend... Oh, das will ich doch gar nicht. So, will ich das? Ja, kann ich auch. Okay. Die B-Technical High School. Okay. Und Medical Center Metro. So, mal schauen. Dann hören wir uns das mal an. Immer noch ohne Meldung. Koordinaten anbei. Äußerste Vorsicht ist angeraten. Hm. So viele Orte eigentlich, die man theoretisch noch erkunden könnte. Hm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Soll ich da einfach mal reingehen? Es sieht nicht allzu groß aus, tatsächlich. Ach komm, warum eigentlich nicht? Okay. Mal schauen, was hier so alles ist. Zuerst einmal schleichen. Wir wollen ja nicht, dass man gefunden wird. Nicht wahr? Von irgendwas, was nicht so nett sein könnte. Das sieht mir kein Tag älter als 199 aus. Aha. Oh, was haben wir denn da hinten? Ein Raider-Ödländer. Mann, ey, der hat viel Leben. Beziehungsweise kriegt wenig Schaden. Aua. Oh, macht aber viel. Oder? Oder hatte ich gerade... Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich noch hatte. Stimmt ja, ich hab ja gar nicht geschlafen. Voll vergessen. Dann ging der Schaden von ihm, ja. Okay, sonst scheinen wir hier drin nichts mehr zu haben. Das war echt nur so ein, einsamer Raid. Oh Mann. Blöde Käfer. Immer noch in Gefahr, warum? Oh, ein roter Protectron. Oh Gott, das ist ein... Aua. Ich glaube, ich bin tot. Hm, ich denke mal, ich sollte am besten zu dem Ding hier schleichen und es schnell öffnen. Äh, ja. Beziehungsweise knacken. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das Ding greift mich nicht direkt an. Hey, da bist du ja. So. Nein. Oh, verdammt. Ich wurde schon erwischt. Dass das halt direkt auch mich angreifen muss. Ich glaube, ich werde Piper mal irgendwo... Naja, hier. Ihn befehligen. Psst. Dort drüben. Und wenn ich Glück habe, greifen die deshalb Piper zuerst an. Okay, mal schauen. Wir können hier eigentlich auch mal ein paar, äh, benutzen. Das wär's. Muss mich gar nicht darum kümmern, äh, klar, jetzt... Das eigentlich auf die normale Weise zu machen. Gibt ja nicht so viele. So, jetzt. Ich hoffe mal, der Protektron wird jetzt, äh... Ja. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung frohe. Ja gut, äh... Dann hätte ich die wohl anlocken müssen, irgendwie. Sind denn die Dinger hin? So. So. So, den Rest hast du machen, Protektron. Wir haben sie wohl verjagt. Ja, haben wir offensichtlich, äh... Eigentlich nicht so richtig. Sie sind abgehauen. Weitergehen, Bürger. Ja, wie wär's, wenn du mal weitergehst? Die sind da unten. Hallo. Ich bin hier. Ihr müsst mich nur finden. So, jetzt. Gefahr. Ja, ist doch gut, Piper. Jetzt muss man nur hoffen, dass der Protektron sich um die kümmert. Ich meine... Theoretisch sollten die ihm ja nicht viel machen können. Wow. Der scheint gut abzugehen, ne? Schauen wir uns das Ganze mal an. Was zur Hölle hat der für Waffen? Boah, hat der die vereist? Das ist cool. Das ist ganz schön cool. Quantum wird wegen Seltenheitswert mitgenommen. Die... Die, äh... Können da bleiben. So, mal schauen. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? So, schließen wir erstmal die Tür. Bisschen übersichtlicher. Jetzt hab ich irgendwas mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. Das ist blöd. Das ist auch, aber nicht so schlimm. Ah, hier. Das wär's. Ja, das wär's definitiv. Was hab ich jetzt aufgenommen? Irgendwelchen Schrott wahrscheinlich, oder? Sicherung? War's das? Kann gut sein. Ach, ist egal. So schlimm ist Schrott hier ja gar nicht, weil man ja zumindest das Ganze in die Werkbank packen kann in Sanctuary. Und... Dementsprechend hat es ja dann auch seinen Nutzen. Okay. Ich nehm mal an, hier wird sich jemand, äh, warm gehalten haben. Sehr warm. Oh man, irgendwas... Irgendwas ist da wohl noch? Kampfhund, oh je. Hier sind also noch ein paar Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Raider waren, oder irgendwas anderes. Ja, die Frage ist nur... Ah, hat man sogar einen Geschützturm? Hey, da drauf ist was. So, sehr schön. Ah, das Problem an dem Protektron ist einfach, dass man ihn nicht mitnehmen kann. Ich mein, ich könnte ihn mal anstacheln. Ich weiß nicht, ob das so schlau wär. So, mal schauen. Wenn wir ihn anstacheln... Was passiert dann? Aber der hasst dann nicht zufälligerweise mich, oder? Ah, doch, ich glaub, der sucht. Ich glaub, der sucht. Das ist doch wunderbar. Äh, folgen wir dem doch einfach mal und gucken uns das Ganze dann an. Ich will sehen, wie der Raider vereist. Mal schauen, wir könnten ihm doch bestimmt ein bisschen... ein bisschen helfen, indem wir ihm zum Beispiel das hier aufschließen. Mal schauen... Oh, blöde... blöde H-Klammer. Sehr schön. Ja, ja, hab ich total geschickt gemacht. Na, der sucht schon noch, oder? Ich glaub schon. Ich mein, wenn man jetzt noch die Raider irgendwie hier hinlocken würde... Ist das hier ein Geschützturm eigentlich, das da hinten? Nee. Was ist das denn? Ach so. Ach, ach... Ah, der hat nur eine Rüstung an, deswegen. Ja, hast du... Hast du... Ich hoffe, der Protektron auch. So. Na, ich bin sowieso in Sicherheit. Ich bin unsichtbar. 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 Aha. Ja, ja, ja. Ähm. Ich hab verdächtige Raider. Protektron, würden Sie sich darum kümmern? Bitte? Versuchen, soll ich mich nicht... Ja, er macht's. Der Gerechtigkeit wird schnell und sehr Genüge getan. Äh, hä, hä. Ach ja, wunderbar. Ja, er macht's. Ja, Piper, seh ich. Jetzt ist nur die Frage. Meister Protektron, woher er gehen soll? Ja, kommen die Raider mal? Die Falle wurde ausgelöst. Hallo? Ganz einfach. Komm schon, komm schon. Oh, da hat sogar eine Minigun. Na, jetzt tut's ernst. Mal schauen, wer gewinnt. Protektron gegen Raider mit Minigun. Oh ja, jetzt geht's los. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Das ist halt das Problem, wenn das Visier nicht da, äh, sichtbar ist. Ich mein, so klappt's aber wenigstens auch. Sehr schön. Alter Vater. Das ist halt echt eine Minigun, ne? Piper liegt da hinten jetzt irgendwo. Hm, der Abenteurer hat schon etwas mehr Leben. Aber er sieht mich halt echt nicht. Es ist toll. Ja, ja. Aber verfickte Feiglinge, wie du sie nennst, überleben. Ihr nicht. Ihr werdet's nicht überleben. Raider Lies. Ihr werdet sterben. Ich werd dafür sorgen. Ja, ich trau' mich. Ich bin hier. Ja, du gehst ja mal hinter den Pfosten. Ich warte nur darauf, dass du dich nochmal zeigst. Komm schon. Komm schon. Ja, genau so. Und so genau ist die Minigun halt echt nicht. Ich tue mich auch nicht verstecken. Aber dass alles bald vorbei ist, da stimme ich dir zu. Wenn ich jetzt noch durch dieses Ding sehen würde, ey. Das wär wunderbar. Wunderbar wäre das wirklich. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Na? Ah, dieser blöde Raider haut halt immer ab. Komm schon, komm schon. Nein. Ja, doch. Ja, nice. Sehr schön. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern die Worte erzählen. Wunderbar, wunderbar. Der ist schon mal tot. Der war eh die gefährlichste, beziehungsweise war das eine Sie. Ab dem Zeitpunkt, äh, wo, äh, so ein Raider tot ist, ist es ihm sowieso egal. Das war ein Witz. Weiter geht's. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werd dich finden. Oh Mann, oh Mann. Nachkampfraider sind tatsächlich gefährlicher in so einer Situation. Wenn der mal anfängt, in die Richtung zu rennen, wo er die Schüsse vermutet, wird er mich sehen. Der Raider, oder die Raiderin, ich glaub, das war auch eine Frau. Pipero gönnt sich erstmal die Minigun. Was war das? Ich mein, zwei, äh, Oh. What? Was zur Hölle? Hat jetzt einfach echt nur geraten und hat mich halt einfach mal getroffen, oder was? Es gibt Ärger. Der Piper übertreibt halt maßlos. Wie die abgeht, ja, aber das ist gut. Habe ich kein Problem mit. Sehr schön, da ist ein toter Raider. So, da ist nur noch der Ödländer, der hat nicht ganz so viel Leben, glaub ich. Na, der sollte relativ wenig Leben haben, ja. Es dauert zu ewig. Na, also. Wunderbar, wunderbar. Mann, ey, diese Raider. Es hat jetzt länger gebraucht, als es eigentlich hätte sollen oder müssen. Aber Hauptsache, Hauptsache ist doch einfach, die sind jetzt alle tot. So, mal schauen, haben die irgendwas tolles? Nö. Wo war's das? Äh, das ist... Warte, ich untersuche es schnell. Rechter Arm. Habe ich am rechten Arm irgendwas tolles? Äh. Bitte drehen Sie zurück von den Türen, um Verzünderungen zu vermeiden. Warte mal. Ja, logisch, die hier. Und die gebe ich nicht weg. Das hier ist doch mal was Schönes. Äh. Piper? Ich würde mal zu einem Arzt gehen, das sieht nicht sehr gesund aus. Sonst haben wir hier nix. Nein, aber Gott. Genau. Der ist nämlich mit, weil es wiegt nix. So, haben die hier irgendwas tolles bewacht oder so? Das wäre eigentlich nicht schlecht. Das hier ist wahrscheinlich nur für diesen anderen Weg. Ach, dieses Minispiel ist so beknackt. Aber ja, das ist nur das hier. Hier haben wir sonst auch nix. Dann kann man hier vielleicht hoch, oder? Ja gut, das bringt einem nur nix. Ah, warte, was ist hier hinten? Was ist hier hinten? Ist das ein Secret irgendwas? Was man nicht so einfach findet? Ne. Da ist nix drin, ehrlich. Ja, super. Naja, ich denke mal, dann war's das hier. Sehr enttäuschender Loot, tatsächlich. Finde ich schon recht schade. Dann gehe ich. Ganz einfach. Tschüss. Dann wird einfach gegangen. Kein Problem. Wo ist denn hier eigentlich der Ausgang? Genau hier ist er. Wunderbar. So, wunderbar. Was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Mal schauen. Hier haben wir noch das hier in der Nähe. Berge, die haptische Antrieb-Technologie. Dann gehen wir einfach mal in diese Richtung. Äh, was war denn das hier nochmal? Oh, warte. Boah, da sind immer diese ganzen Raider-Posten. Das ist so schlimm. Die nisten sich ja überall ein. So eine richtige Plage. Man kann von hier aus leider nix sehen. Kann man hier irgendwie... Oh, okay, man könnte den Hund killen. Oder auch nicht, weil man ihn nicht trifft. Ja gut, der kommt sowieso. So, da sind hier noch Raider. Ich glaube nicht, weil hier ist ja auch noch das Gebäude gewesen. Oh doch. Ah, da. Ich meine, wenn er sich nicht wehrt... Oh je, da ist noch ein Raider. Da oben. Wir haben ein Notsignal irgendwie. Oder Notfrequenz. Irgendeine Notfrequenz. Aber wir haben die auch wieder verloren. Keine Ahnung. Okay, hier hinten findet man sie wieder. Ich kann sie mir mal anhören. Mal schauen. Das war's. Dann sind da keine Untertitel. Ja, sagt da noch was? Oder war's das jetzt? Ich glaube, das war's. Ja gut, ich hab keine Ahnung, was das soll. Sie ist sehr langweilig, diese Notfrequenz. Leider. Ich dachte, da wäre jetzt was Cooles. Aber nein. Ich geh jetzt mal hier rein. 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Aha. Ich will jetzt nur wissen, was hier so ist. Wahrscheinlich wieder Raider, oder? Oh, ich hoffe, das Zeug ist Staub. Was für Zeug denn? Hm. Oh. Da liegt eine... Ja, eine Leiche. Tja. Den hat's erwischt. Ja, ein Raider. Wo hat Bosco das Ding her? Vergess bitte nicht, dass wir ein geschlossener Campus sind. Schüler, die ohne gültigen Pass in den Fluren angetroffen werden, sitzen nah. Hä? Erstmal nachsitzen. Schauen, Sina, willst du auch zum Nachsitzen? Müssen wir nur finden, wo man hier nachsitzen muss. Warum müssen wir uns in einem Keller treffen? Mir gefällt's hier unten nicht. Was für Keller? Ich werde dich finden! Musst du schon mehrere Tage nachsitzen? Komm zum Glück, wenn du vier und vier und zwei Tage abgibt. Aha. Ja gut, äh. Sind halt echt viele Raider hier. Oh Gottes Willen. So, jetzt mal schauen. Äh, ja gut. Sein Arm ist langsam im Weg. Jetzt ist okay. Komm, so schwer ist es nicht, den zu treffen. Wow. Wow. Ich renne mal. Oh, da ist auch einer mit, äh, eigenen Namen. Oh Mann. Au. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Tschüssina, übertreib doch nicht. Ist er nicht der, äh, oh Gottes Willen. Trotzdem ist es nicht der erste Schlag, den du abbekommen hast mit sowas, oder? Oh, verdammt. Sind da viele. Ach du Scheiße, sind da viele. Sie sind hier alle auf einmal. Inventar mal sehen. Wir haben hier doch bestimmt Splittergranaten, werde ich sowieso brauchen. Dann nehmen wir mal Hirnpilz zu uns und Karottenblumen. Ich hoffe mal, es wird jetzt gut erwischen. Das juckt den halt nicht, den Abenteuer. Oh Mann. Oh, die sind halt überall. Negendärer ist ja auch noch. Was soll ich denn da machen? Oh, kann man nur hoffen. Ich habe auf jeden Fall irgendjemanden erwischt. So. Ja, ist es schön. Boah, und dieser Abenteuer hat so viel Leben. Ganz schön lange will ich durchhalten. Warte, ich nehme mal eine andere Waffe raus. So, was macht denn viel Schaden? Das hier macht viel Schaden. Haben wir noch irgendwas mit so viel Schaden, oder? Ah, die macht auch viel Schaden, aber dafür muss ich zu nah ran, glaube ich jetzt. Wir gratulieren dem Basketball-Team zum Sieg gegen den Spanien. Oh Mann, Gott, ich habe doch. Ich treibe sie aus der Deckung. Oh Gottes Willen. Ne, du treibst mich nur weiter in die Deckung rein. Ich hatte doch das andere, äh. Scharfschützengewehrs. Ah, das hier war es, glaube ich, oder? Ja, das ist ja mutiert. Oh Mann. Hätte ich nicht, aber ein... Ich hatte doch ein Snipergewehr mit Schnellschuss, oder? Ja, das hier. Das ist viel besser. Na gut, aber wenn ich sowieso gegen so einen legendären Raider antrete, ist es eh egal. Weil er mich einfach nur kurz schief angucken muss, und er mich nicht tot. Weil so macht man Gegner herausfordern, indem man einfach macht, dass sie einen One-Hit'n. Das ist fair. Ja. Na? Du siehst mich doch gar nicht, scheiß Kerl. Hauptsache, er kann mich treffen, obwohl er mich nicht sieht. So, jetzt. Komm hier am besten. Ach, weiß was, ich baller ihn einfach weg. Ja, ich kann nichts sehen. Ist egal. Ach, da ist er schon. Super, hat ihn jetzt gerade irgend so was das Leben gerettet. Endlich. Blöder Raider. So, mal schauen, was haben wir denn hier so? Oh, linker Arm. Und linkes Bein. Okay, okay. Aha, der letzte Schuss im Magazin verursacht doppelt so viel Schaden wie normal. Hm, hm. Aber nicht so mein Fall. Muss noch mal ganz kurz gucken. Was war linker Arm? Ach so, das mit mehr Stärke, genau. Hm. Brauche ich das? Ich weiß nicht. Da war nichts Gutes für rechtes Bein, oder? Nee, natürlich nicht. Wieso sind diese Scheiß-Rüstungen immer nur für die anderen Sachen? Man kann nicht mal eine richtig gute Rüstung fürs rechte Bein da sein, damit ich den, äh, damit ich dieses Chameleon-Ding los werde, ohne dass ich, äh, Rüstung verliere. Ich meine, mit der Waffe ist es wenigstens egal. Oder treffe ich das Ding? Hm, nee, ich glaube eher nicht. Ich ziele auch aufs Falsche. Ups. Oh, da ist er, Bosco. Bosco, Bosco, Bosco. Jetzt bleib doch mal stehen. Bosco konnte nicht so viel. Das ist schön. Äh. Jetzt mal gucken, was er denn so hat. Oh. Oh. Das ist, glaube ich, gut. Der wird mal mitgenommen. Einfach weil, warum nicht? So, aber jetzt ganz kurz gucken. Wir haben doch jetzt zwei Scharfschützengewiege. Ich muss sie schnell vergleichen, wenn ich sie beide habe, ne? So, das hier macht 107. Das macht tatsächlich 116, also mehr. Das ist gut. Sehr gut sogar. Dann wird das mitgenommen. Oh Gott, das ist schön. Super. Ah, Gott. Das läuft ja schon wieder prächtig. So. Trick or treat. Trick or treat. Muss wohl Halloween gewesen sein. Versperrt. Oh. Alles verriegelt. Alles. Ich will nur wissen, wo der letzte Raider ist. Ach, der ist oben. Hier geht es ja glücklicherweise sogar hoch. Jetzt müssten wir nur den Raider schnell finden. Irgendwo. Richtig, hier ist nichts. Solange du das weiter glaubst, du hast ja gar kein Leben mehr. Das ist ja praktisch, praktisch, praktisch. Ja, und nun hätte ich gerne ein Bett, wenn es dann genehm wäre. Oh shit. Ja gut, äh. Piper, regle du das bitte. Ich gucke mich hier weiter um. Mal schauen. Hier könnten wir doch zum Beispiel mal rein. Cool. Das hier wird mitgenommen. Äh. Der Rest ist egal. Ja, nice, Piper. Wow. Äh. So, mal schauen. Ah, Raider abschauen. Okay, da hinten ist noch ein Raider, aber jetzt loote ich erstmal den hier. Den Molotow-Cocktail nehme ich mir mal mit. Könnte nützlich werden. Gerade jetzt, weil ich ja ein paar Splitte-Granaten verbrauchen musste. Ähm, mal schauen. Hier haben wir sonst nichts. No, Raider. Ich will den, äh, Geschützturm noch killen, der da irgendwo pfeift oder piepst oder was weiß ich. Das hier möchte ich auch. Jetzt ist doch schön. Ach, das ist es, was die ganze Zeit, äh, die Geräusche macht. Jetzt. Okay, ein Raider hat mich bemerkt. War ja auch nicht schwierig, wenn ich hier am Rumrennen bin. Da könnte ich, äh, auch eine andere Art und Weise raus. Glaubt das ruhig weiter, das, äh, würde mir sehr gut tun. Oh. Viel zu hell. So, hier müsste doch irgendwo noch der letzte Raider sein. Zumindest vermute ich ihn hier mal irgendwo. Oh. Ja, jetzt. Versteckt euch doch nicht immer, wenn ich gerade dabei bin, euch anzuvisieren. Nein, der rennt ja so komisch. Blöde Gegner. Zeitverschwendung. Immer mit diesem, umrennen und sich verstecken. Und da ist noch ein Geschützturm. Äh, ja gut, Piper, das kann schon sein. Ja gut, äh. Ich sag mal, wenn es jetzt keine normalen Basketballspiele mehr geben kann, spielen halt, äh, die Spins gegeneinander. So, mal schauen. Das hier sind wahrscheinlich nur, ja, sind nur Loks. Von Bosco. Aber der ist mir egal. War das der Thron von ihm? Das hatte tatsächlich Stil, muss ich zugeben. Mir gefallen die Köpfe. Ich hoffe, der Piper gefällt es da. Du musst schon mehrere Tage nachsitzen. Kommt zum Glücksspendemobil und ihr werdet zwei Tage abgezogen. Müssen mal die Lautsprecheranlage finden und diese ausschalten, denn sie nervt. So, da könnten wir rausgehen. An den Generatorraum, oha. Dann geht es hier dann doch noch ein bisschen, äh, weiträumiger rein hier. Boah, das ist so ein beknacktes Minispiel, ne? Es ist so nervig und es muss einfach überall immer dabei sein, wenn es ums Schlösserknacken geht. Anstatt, dass man einfach, keine Ahnung, die Fähigkeit, dass er die Schlösser knacken kann, dass das nicht einfach reicht und man die Dinger einfach aufmacht. Anstatt, dass nimmt man immer wieder dieselbe Scheiße. Es ist so schlimm, so schlimm. Vielleicht sollte das mal Bethesda jemand sagen. Achso, man kommt nur da hoch. Ja, super. Ich dachte, da wäre jetzt was Cooles irgendwo. So, das hier merke ich mir, weil über diesen Ausgang würde ich gerne raus dann. Außer natürlich, man könnte aufs Dach kommen, weil ich weiß noch... Oh, könnte man. Ja, dann gehen wir aufs Dach. Aber vielleicht auch noch da hin, weil ich... Ja, okay, vom Dach aus gucke ich mal, wo man hier rauskommen würde. Weil wenn es verschlossen ist, könnte es auch sein, dass das was Gutes wäre. So, und jetzt war hier noch der Generatorraum, wenn ich nicht mehr angucken möchte. So, mal sehen. Der war... Ja, wo war der? Ich glaube, da hinten genau. Wann hier aus? Hier hin? Ich war... Yes. Okay, mal schauen. Aber Piper, den hast du halt schon mal gebracht und dann lache ich halt nicht mehr. So, sehr schön. Ich hoffe, das hat die Lautsprecher... Ding... Nee, hat's nicht. Ich höre sie doch noch. Mann. Hätten die nicht einfach... Ach ja, sieh mal eine an. Da sind wir also. Ja, das ist... Krass. Das bedeutet, ich habe das sowas von fucking übersehen, als ich vorhin da drin war. Äh, ja gut. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Oh, das habe ich halt echt übersehen. Ich glaube es nicht. Aber was ein Zufall, dass ich genau in die beiden Dinger rein wollte. Ich gehe dann da jetzt nochmal hin und dann zum Dach. Man sieht es, wie ich auf dem Dach bin. Okay. Oh, da ist noch ein Raider-Abenteurer. Komm. Oh, Piper. Geht ab. Oh, nice. Level ab. Level ab. Aua. Wer schießt da? Von wo vor allem? Da ist jemand. Und da unten ist auch noch jemand? Ah, ja. Sehr schön. So, da ist auch noch jemand, oder? Nach da oben hat er sich verpisst. Die Gegner sind hier so nervig, ne? Die Gegner sind hier so nervig, ne? Immer mit ihrem Abgehaue. So, jetzt mal schauen. Die waren doch. Die sind hier rausgekommen. Das heißt... Die sind hier, wo ich jetzt noch mal rein gehen würde. Aber jetzt nix, äh, wo ich extra nochmal rein gehen würde, nur um da nochmal raus zu gehen. Das Problem ist, ich habe gerade absolut keine Ahnung, was ich so skillen wollte. Ja, äh... Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Wollte ich hier mal vielleicht irgendwelche Sachen... Das weiß ich alles nicht mehr. Es ist so schlimm. Jetzt habe ich halt voll vergessen. Ich könnte mal ein paar Mod-Sachen skillen, tatsächlich. Ist was krasses. Wenn ich das hier geskillt habe und H-Klammern nicht mehr brechen können und alles, dann geht sogar diese einzige kleine Mini-Herausforderung von diesem Minispiel weg. Und ab dem Zeitpunkt ist es nur noch Zeitverschwendung. Nur noch Zeitverschwendung. Das ist krass, oder? Ich glaube, ich mache das hier einfach weiter, weil warum nicht? Ich meine, je mehr Schaden die ganzen Sachen machen, desto besser, würde ich sagen. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Das hier ist nur so eine klassische Nicht-Aufgabe. Das ist nur so eine wiederholbare Quest. Das kann man ja nicht wirklich zählen. Ich gucke mal, komme ich von hier aus wieder auf schnellem Wege runter irgendwie? Könnte ich mal versuchen, wenn ich es hier schaffe, auf dem Ding zu landen. Na, nee, Piper. Das geht leider nicht. Weil dann gibt es keine anderen schnellen Wege nach unten. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. So, da hinten leuchtet doch schon wieder was. Aber nicht so schlimm. Wir gehen einfach direkt Richtung Questziel. So, Wilson, oh Gott, das will ich auch noch super muttern. Sehr schön. Also. So. Wilson, Atomatoys, Firmenhauptsitz. Ah, okay. Warum kein Kübelkopf hier? Okay, hier sind viele Supermutanten hier drinnen. So, Meisterschloss. Ich fand Meistern geöffnet. Sehr schön. Hoffentlich hat Piper das auch doppelt gefallen wegen Meisterschwierigkeit. So langweilig. Eigentlich nicht wirklich schwieriger als jetzt zum Beispiel eins auf Einfach. Tatsächlich sind mir bei Einfach meistens wahrscheinlich sogar mehr gebrochen als auf Meister. Was eigentlich nur unterstreicht, wie blöd dieses Minispiel ist. Alter Vater hier. Sieht sehr modern aus. Achso, nee, das liegt nur da. Äh. Guck mal, Piper. Piper, komm hierher. PlayStation 1 Grafik. Guck mal, Piper. So sahen Videospiele aus vor... Ja. Sind es jetzt... Also es sind eigentlich sogar schon 20 Jahre. Ist das nicht schön, Piper? Ja, guck doch mal. Das... Jetzt sind wir ehrlich, da hätten sie auch einfach... Äh... Ich weiß nicht, ob man das vielleicht glaubwürdig hinbekommen hätte, aber... Die wissen doch, wo in diesem Gebäude die Fenster sind. Hätten sie es nicht so machen können, dass zumindest dieses Zeug, was im Blickwinkel ist, im direkten... Dass das dann gut aussieht... Ich mein, wenn das da hinten, das Gebäude... Weil welches übrigens aus irgendeinem Grund irgendwie besser aussieht, wie die Sachen... Wie das da. Dann hätte man doch wenigstens die, wo etwas näher dran sind... Ich weiß nicht, der hätte man zumindest besser ausschauen lassen können. Alter. Das war sehr schön. Oh Gott, das ist schön. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Ja, cool. Was denn das Sicherheits-Terminal? Was... Was macht denn das so? Na, also... Äh, Turmsteuerung. Ah. Turmsteuerung. Dann aktivieren wir die doch mal. Los. Nehmen wir das hier noch mit? Oh man, irgendwas ist geplatzt. Wahrscheinlich so ein... Alter, wie viele Gegner hier sind. Hier sind echt nicht wenige. Okay, da darf man sehr vorsichtig sein. Aber die sind alle wahrscheinlich gut verteilt hier in diesem Gebäude. Wenn ich Glück habe, kriege ich einzelne schnell genug weg. Ja, oder auch nicht. Das kann man so schon mal vergessen. Es muss anders passieren. So, generell. Die sind hier oben eher. Na, Piper. Chilt. Sowas ist dann halt... Ich will kein Leckerli gerade. Sorry. Außer es ist vielleicht irgendwelche richtig gute Schokolade. Hätte ich jetzt vielleicht sogar ein wenig Lust drauf. Aber ansonsten kein Leckerli. Tut mir leid. So, hier kann man sich glücklicherweise nach oben begeben. Das ist sehr gut. Das spart sehr viel Zeit. Naja, nicht sehr viel, aber ein bisschen. Okay, ein Kriegsfürst. Das klingt gefährlich. Ein Totenkopf. Oh, der ist hier ja sogar. Oh Mann. Ja gut. Jetzt mal schauen. Ich wurde entdeckt, aber... Warum, frage ich mich. Weil der Mutantenhund, welcher mich gesehen hat, der ist ja tot. Ja, hier drin ist okay. Alter Vater. Ich denke mal... Wir werden das hier mal schnell öffnen. Ich bin drin. Ja, super. So, wunderbar. Was haben wir denn hier so schönes? Und safe. Ich bin... Das gefällt. Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Zahnrad. Für etwas so gut verschlossenes. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ist der Loot jetzt nicht so prickelnd? Nicht wirklich, nee, nee. Dann tue ich mal das hier noch... Das hier noch schnell öffnen. Kein Glück gehabt diesmal. Kann man auch ein paar Falscheinträge vielleicht die Versuche zurücksetzen. Ich müsste nur hier schnell nochmal Glück haben. Kein Versuche zurücksetzen. Aber hier ist eh nur noch das hier, oder? Wie schön. Na dann passt. Das ist ja. Band abspielen. Kommt da was? Nö. Naja, dann müssen wir eigentlich nur die Supermutanten weiter töten. Was eigentlich ganz okay ist, würde ich mal sagen. Ich meine, Supermutanten töten, das... Das hat noch keinem geschadet. Sich mal ein bisschen auf eine Supermutanten-Tötungsjagd zu begeben. Was? Wer da sei? Äh, Piper wahrscheinlich. Ah, der ist blöderweise auch sich am Bewegen. Nix gewesen. Richtig, nix gewesen, nix gewesen. Oh shit. Ganz gerad ausschießt die Waffe aber auch nicht, oder? Weil manchmal glaube ich echt, dass ich voll draufziele, aber die woanders hinschießt. Wer hat mich jetzt auf einmal gesehen? Der Typ war doch nicht einmal in meiner Sichtweite oder war irgendwie von unten einer, welcher mich gesehen hat? Vielleicht müssen wir, um den Kriegsfürsten auszuschalten, vielleicht doch erst alle anderen killen. Zumindest mal die meisten. Oder von hier aus, weil ich glaube, wenn man von da aus gegen ihn kämpfen würde, wäre es gar nicht so schlimm. So, wir locken ihn erstmal an. Vielleicht locken wir ja sogar noch mehr Leute an. Das ist hier eigentlich gar nicht so unpraktisch jetzt. Oh man, ihr seid so dämlich, ihr blöden Supermutanten. Aber gut. Ich glaube, das ist halt so das Supermutantenleben. Hallo, ich bin hier. Oh, 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 oh. Ich hoffe mal, jetzt haben es ein paar zumindest gerafft. Das ist ja auch der Plan gewesen, dass ihr mich hört. Ihr seid so blöd, ne? Ne, tun sie nicht. Du bist einfach, was, äh, dir einen Streich spielt, du mal Supermutant, ist dein Gehirn. Klar, ich impliziere gerade, dass du überhaupt eins besitzt, aber trotzdem. Ja, ist doch gut. Dieser Kekswurst, ne? Wenn der einfach nur mal sich hier in diesen Türrahmen stellen würde, mir geht die Welt in Ordnung. Die ganze Welt. Wirklich, ich, äh, übertreibe da jetzt überhaupt nicht. Das ist einfach so. Und hör auf, mich wieselig zu nennen. Ich bin nicht wieselig. So, mal schauen. Komme ich hier vielleicht irgendwie, irgendwie an eine Stelle, wo ne, der der bewegt sich hier halt nicht weg. Das ist jetzt halt das Problem. dass ich ihn tatsächlich nicht getroffen habe. Äh. Aber er ist halt echt selten dämlich. Was soll man sagen? Wenn ich hier hinten stehen bleiben würde? Keine Ahnung. Ich denke mal... Was war das? Ja, so. Ich meine... Ich meine... Das ist... Piper brennt. Ja, jetzt ist er erst mal wieder sauer. Denkt sich, äh, ich bin ein super Mutant. Ich bin dum. Und dann wird er wahrscheinlich gleich wieder sich denken, äh, nix gewesen. Wow. Das war ein guter Reflex, äh, die... Äh... Die hab ich nicht. Äh, 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 äh. Aber eigentlich sogar ein bisschen unlogisch, wenn man mal bedenkt, dass er ein Geräusch hört, beziehungsweise Schmerzen in seinem Schädel spürt, dank, äh, Kugeln. Und, äh, äh, dann Piper sieht und diese bekämpft. Super. Nein. Aber wenn man mal bedenkt, dass wenn er Piper sieht und diese bezwingt, er müsste ja eigentlich davon rausgehen, dass das die Gefahr war. Und eigentlich sollte ich dann wieder versteckt sein, wenn's logisch wäre. Wenn es logisch wäre. Aber in Wahrheit ist es halt doch nur ein Super Mutant. Oh Mann. Jetzt ist die Gefahr da. Jetzt ist die Frage, kommt der hierher oder eher nicht? Könnte ich mich hier eigentlich einsperren? Nee. So, mal schauen. Ja, ich weiß, ich weiß. Sehr schön. Er wurde wieder erwischt. Oh Mann. Er sieht mich. Der bewegt sich aber aus diesem Raum nicht gerne raus, hab ich das Gefühl. Nee, das ist leider nichts von ihm, was man sehen kann. Der geht echt nicht aus diesem Raum raus. Was hat denn der für Probleme? Ich meine, dann macht's auch Sinn, dass ich die Geräuschfalle benutzen konnte. Hier, der geht bis zum Türrahmen, dann war's das. Bedeutet es so im Großen und Ganzen, ich könnte hier mal drücken, äh, hier schießen und bin dann in etwa hier sicher. Weil er sich hier nie begeben wird. Er würde vielleicht hier sich reinstellen, dann darf ich nicht um die Ecke gucken. Und hier könnt ihr mich vielleicht auch erwischen, wenn du da in den Türrahmen gehst, aber das war's. Das, äh, ja. Das ist halt sehr komisch, muss man sagen. Weil ich das da halt dann halt voll für mich ausnutzen kann. Ich kann den total exploiten, den Typ. Und jetzt rennt er wieder dahin zurück, weil er wahrscheinlich darauf programmiert ist, das hier zu bewachen. Na super, die Waffe schießt einfach nicht gerade aus. Das ist halt echt schade, weil die ein gutes Visier hat. Äh, auch im Allgemeinen eher gute Werte. Aber sie ist halt so ein Teil echt komisch. So, mal schauen. Na, Palmer. Hm. Wird mal mitgenommen. Linkes Bein. Ja, super. Braucht was Gutes fürs rechte Bein. Wir haben hier auch nichts So, hier geht es auch noch runter Das ist die Frage Ah, da ist jemand Oh Mann Das ist auch wunderbar Ne, Piper Die Abenteuer mit John Cena gibt es nur beim Original John Cena Naja, Original Fallout Charakter John Cena Da wollte ich nicht einmal runterspringen Aber aus irgendeinem Grund hat er den Sprung nicht gemacht Sondern er ist irgendwo hängen geblieben Und dann bin ich leider gestürzt Okay, irgendwas sieht mich Ich weiß aber nicht, was mich sieht Was sehr schade ist Von mir aus könnten die ganzen Dinge auch aufhören Mich zu sehen Ah, da ist einer Ah Da war einer Ist natürlich abgehauen Wärts gedacht Du Dasein Du Dasein Nicht verstecken Ja Wir legen der daneben Schießen Das ist doch so dämlich Blöde Super Mutanten Ne, nichts da Ich muss die halt von hier unten Äh, von hier oben killen Solange die da unten Kommt raus, kommt raus Na, also geht doch Ah, da ist jemand Ja, sind ja auch Super Mutanten Was erwartest du Kaffeekränzchen Ne, Piper Das gibt es hier nicht So, hier haben wir ein Holoband Verdammt, Nate Wo bist du? Nach der Besprechung heute brauchen wir schon ein Wunder um den Scythe Auftrag noch zu retten Und du nimmst dir einen Abend frei? Ich wollte den alten Mann da raushalten, aber was wollte ich machen? Er hat mich vor dem Vorstand herausgefordert Ich musste ihn feiern Wie siehst du das, Nate? Stehst du hinter mir oder hinter ihm? Ich will, dass du Montag um neun bei mir im Büro bist Wir können über den Auftrag sprechen oder über deine Kündigung Ist deine Entscheidung Der klang wie ne ziemliche Kotzkrücke Hm So, jetzt ist die Frage Wo sind hier noch Gegner? Da hab ich gerade den Kopf eines Gegners gesehen Ganz einfach Wenn der R so komisch da rumspastet Dann gibt es nur eine Eine Lösung, welche gut ist Und zwar einfach mal draufballern, bis er stirbt Okay, das ist natürlich sehr interessant Das ist echt sehr interessant Der war da gerade noch nicht Der muss gezielt eingerannt sein Äh, um mich zu sehen und zu Töten Die Frage ist Woher wusste er, dass ich da bin? Fragen über Fragen Fragen an Supermutanten Bekomme ich Antworten So, da hinten war gerade einer Glaub ich Was für ein Haufen Schrott Pipe, also kannst du doch nicht über den armen Thaddeus reden Hm So Kein Strom mehr So Hier haben wir einen ID-Kartenleser Ich hoffe, hier sind schöne Sachen Ja, da ist noch ein legendärer Das könnte noch ein Problem werden Ich habe so ein Gefühl Das wird auch noch ein Problem So ein Zeug wird nie einfach Und reibungslos über die Bühne gehen Nee, nee Absolut nicht Aha Hier kommen auch nicht rein So einfach Wir haben hier einen Terminal irgendwo Ja Okay, wir sehen Schäkels Contents Ja, geht doch Easy Wunderbar Haben wir hier schöne Sachen Ja, hier ist ganz Gutes Zeug drin Oha Warte mal Ach, das ist Punkt 4, 5 Munition Nee, warte Das ist nicht so gut Nee, nee Tatsächlich nicht Dann bleibt es hier Aber hier sind ganz gute Sachen Würde ich sagen Also zumindest viel Munition Und das ist schön Munition, Piper Munition Ich bin sicher Du nicht, Piper Du wirst von Mutanten gegessen Nee Natürlich nicht Wir töten die jetzt Oh man Hier sollten wir schnell gehen Piper Bitte nicht zum Ghoul werden Weil ich glaube Sonst könnte es sein Dass John Cena Sich doch für Kate entscheidet Vielleicht kann ich sie ja dadurch Eifersüchtig machen Wer weiß Tja Ein toter Submutant Das ist das Da ist der Legendäre Okay Die haben mich jetzt gesehen Heißt Vielleicht kommen die jetzt zu mir Vielleicht aber auch nicht Ich werde auf jeden Fall Ich werde mal schnell warten Bis ich Genau hier vorsichtig bin Oh man Ja Ja Blue wird gar nichts mehr spüren Ja Er schießt halt in meine Ungefähre Richtung Und hin und wieder Kann es sein Dass ich daran dann sterbe Was halt Natürlich Jetzt ein Problem werden kann Boah Natürlich Natürlich So Sie kriegen keinen geraden Satz zustande Diese Supermutanten Aber Können präzise abschätzen Von wo ein Schuss Gekommen ist Und Äh Entsprechend reagieren Jetzt ist nur die Frage Ob der sich nochmal zeigt Ja Das ist gut So Ab dem Zeitpunkt Wo er sowieso noch mutieren musste Ist eh egal Wo man ihn anballert Mehr oder weniger Ähm Jetzt Der steht Der steht halt wahrscheinlich auch So an einer richtig Behinderten Stelle Ja Ja ich mein So funktioniert es auch Ja schön Aber solange du mich nicht siehst Kannst du mich von mir aus So viel riechen Wie du möchtest Was auch immer du dir davon erhoffst Ja Nice Dann wird sie ausgenutzt Ganz einfach Oh Das Problem ist dass Das halt im allgemeinen Bei dem Spiel So ein bisschen so ist So Angeschossen Umdrehen Auto im Tod Aber ja Ich fühle mich hier eigentlich Relativ sicher Dabei bin ich gar nicht versteckt Ah ok Vielleicht sollte ich das nicht Der ist ein bisschen krasser Der rennt tatsächlich etwas weiter Etwas Nochmal schauen Ich habe ihn erwischt Das ist gut Oh Gott Kommt der hier hin Ich meine Ja So einfach geht es dann halt auch Äh Noch mehr Chamäleon Rüstungen Du bist für deine Feine viel schwerer zu entdecken Wenn du die Äh wenn du Scheiße dich nicht bewegst Aber ist das Der gleiche Effekt Oder ist das diesmal nur Äh mal schauen Dafür muss ich aber erst aufstehen Definitiv Ja gut Das ist derselbe Effekt Ja doch Ist halt nur Äh Komisch formuliert Weil eigentlich nirgends was Von Unsichtbarkeit steht Ja ok Gut das heißt Chamäleon Aber trotzdem Äh Piper Äh Ich sorge noch dafür Dass wir hier alleine sein werden Ich meine ich muss zugeben Respekt Piper Dass du es schaffst Nen Super Mutant zu verprügeln Das ist tatsächlich ziemlich krass Da ist halt echt ausgerastet die Piper Was haben wir denn hier Na gut ich muss erst die Tür entsperren Weil ich sonst nicht looten kann Das Minispiel ist doof Wer auch immer es erfunden hat Gehört geschlagen Und zur Not mach ich das Persönlich Ernsthaft Boah alter Cool Nein Nicht cool Nicht einmal ansatzweise Es ist tatsächlich Dieses Minispiel ist so uncool Es dürfte sich nicht einmal Im selben Wörterbuch befinden Wie das Wort cool Heißt Schlossknacken Minispiel Und cool Warum hab ich das eigentlich mitgenommen Gerade egal Äh Diese beiden Wörter Müssten in verschiedenen Ausführungen Des Duden drin sein Einfach nur Weil man das sonst nicht Veröffentlichen dürfte Wäre einfach zu unglaubwürdig Die würden ihre komplette Credibilität verlieren Wenn die da einfach sowas Veröffentlichen würden So in der Form So ich möchte mir ganz kurz Nochmal das Bett Anschauen Da war doch eins Da war doch eine Schlafmatratze Irgendwo Ich würde es gern Begutachten Von seiner gemütlichsten Seite Bitte Schön Die Decke Eingemümmelt Und äh Naja dann Kurz wegratzen Für ne Stunde Und Dann Geht's mir wieder Ganz gut Nur wie komme ich da nochmal hin Ah hier geht's hoch Genau So wo war denn das ganz genau Nochmal Es war noch weiter oben oder Ich glaube es war noch weiter oben Ähm Wie kam er hier hoch Hier Hier kam er hoch Ist zwar wahrscheinlich nicht so der Weg Den man eigentlich benutzen sollte Aber Ist egal Ist egal Ach das ist sogar nur Eine normale Matratze gewesen Ja gut das ist mir eigentlich Im Großen und Ganzen Einerlei Weil Mir geht's nur darum Das Leben wieder zu bekommen Ohne dass ich Irgendwelches Äh Zeug dafür verwenden muss Weder meinen Loot Noch irgendwelche anderen Sachen Ja Nein Oh Mann Ein echter Klassiker Ich hoffe dieses Minispiel Wird nie zu einem Fucking Klassiker werden Hast du das verstanden Piper Dieses Minispiel ist scheiße Und das sollte dir nicht gefallen Dir sollte John Cena gefallen Guck ihn dir an Oh warte Aber du tust immer Die Flirtversuche ab Schämst du dich eigentlich nicht Piper Es ist echt unglaublich Es ist halt echt traurig Egal Wir gehen jetzt nach draußen wieder Okay Jetzt ist nur noch die Frage Wo müssen wir dieses Geborgene Gerät eigentlich noch abgeben Das würde ich nämlich noch ganz gerne tun Und zwar wahrscheinlich hier oder Ja War das aber auch nur eine War das auch nur eine Äh Quest die wiederholbar ist Weiß ich gar nicht Okay Weißt du was die in dir gleich sehen Eine Kugel Wichser Ganz einfach Ähm Hallo Muss mir die Meierlerkscheiße Von den Stiefeln kratzen Solange sie es ja nicht isst Ist okay Aber ich wollte auch nicht mit dir reden Wie sieht es mit der Technologie aus Äh Ja Hier Gut gemacht Hoffentlich hattest du keine Probleme Hier im Commonwealth Wird die Technologie so schnell nicht ausgehen Komm vorbei wenn du bereit bist Ja gut Bestätige Großartig Hier ist der Ort Und jetzt los Ich mein Äh Dann weiß ich wenigstens Dass ich die Sachen eigentlich auch nicht machen muss Ich lasse mal offen Weil du weißt vielleicht Durch zumindest Hier Dings Neue Orte finden Und der Kunden Und alles Und das ist ja eigentlich ganz okay Aber Äh Ich werde die wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen Die Quests Fakt ist aber Dass ich jetzt hier An dieser Stelle den Part beende Ich würde sagen Man sieht beim nächsten Part wieder Bis dann Ciao